Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu C++. Heute geht es um Friends. Freunde sind was tolles und so ist es auch in C++. Freunde dürfen quasi alles. Joa, wie definieren wir uns denn hier einen Freund? Also was bedeutet erstmal Freund? Ich habe uns hier mal eine neue Klasse von zum Beispiel einem Hund gebaut. Die hat jetzt hier, so wie es sich gehört, den String Namen geheim gehalten. Also das heißt, man darf ihn nicht setzen außer im Konstruktor. Und man darf ihn aber immer lesen. Was anderes brauchen wir hier gerade in dem Beispiel nicht so. So, wir generieren uns einen neuen Hund übrigens. Hier geht das Ganze nicht einfach über ein Gleich, sonst wird das Ganze von C++ hier als Char Array interpretiert. Und wir brauchen hier aber einen String Namen. Das funktioniert nicht so einfach. Das heißt, wir müssen das tatsächlich so machen, dass es richtig funktioniert. Nur so als Randbemerkung sozusagen. Okay, und dann geben wir den Namen einfach mal aus. So, was machen wir denn jetzt aber, wenn wir den Hund irgendwie zur Adoption freigeben? Weil wir, keine Ahnung, noch 10 weitere Hunde bekommen haben, die alle schon benannt haben. Aber wir wollen sie trotzdem zur Adoption jetzt langsam mal ein paar freigeben, weil sie uns die Haare vom Kopf fressen. Gut, was machen wir dann? Naja, wir bauen uns eine Methode, gibt zur Adoption frei. Aber die soll natürlich dann auch den Namen ändern können. Ähm, und da macht man folgendes. Wir bauen uns vielleicht irgendwann mal noch eine weitere Klasse und die hat dann eine Funktion, die Adoptieren heißt. Und da sagen wir hier, okay, Friend, ähm, ja, kein Rückgabetyp, Void, Adopt. Und das ist jetzt eine befreundete Klasse. So, die nimmt auch einen Hund, beziehungsweise einen, einen Hund und Haar. So. Und das ist jetzt eine befreundete Funktion. Die darf alles, Achtung, die gehört nicht zu der Klasse. Die gehört irgendwo dazu, aber nicht zu der Klasse. Das ist einfach nur eine Funktion, die hier irgendwo rumsteht. Die schreiben wir hierher, Void, Adopt. Achtung, wenn sie zur Klasse gehören würde, müssten wir hier Hund, Doppelpunkt, Doppelpunkt, Adopt schreiben. Tun wir aber nicht, weil sie nicht zur Klasse gehört. Also, Void, Adopt. Und dann sagen wir hier drin, äh, was brauchen wir einen Hund, ähm, und Haar. Und diese Klasse darf jetzt hier den Namen von, äh, diese Funktion darf den Namen von unserem Hund ändern. Das heißt, sie kann sagen, Haarpunkt Name gleich, ähm, wie nennen wir ihn? Goofy. Okay. So, und jetzt können wir einfach sagen, okay, ähm, da adoptiert jemand den Hund, also Ace.adopt. Äh, Quatsch, nicht Ace.adopt, sondern Adopt.Ace. Also, wir wollen jetzt Ace adoptieren. Und Ace schreibt sich klein. Und wenn wir das jetzt so ausführen würden, dann haben wir plötzlich einen neuen Hund, oder denselben Hund im Prinzip. Also, alle anderen Variablen sind gleich geblieben. Aber der Hund hat einen neuen Namen, obwohl dieser Name hier Private war. Denn der Friend diese eine freundliche Funktion adopt, die darf den Hundennamen ändern. Okay. Das ist im Prinzip Freundschaft zwischen Klasse oder zwischen generell Funktion und, ähm, anderen Funktionen. Beziehungsweise zwischen einer Klasse und einer anderen Funktion. Ähm, die hat Zugriff auf alle Privaten, also alle Private Member, die hier in Hund definiert sind. Weil wir sie hier als Freund definiert haben. Okay. Und dasselbe funktioniert auch natürlich mit Klassen. Das ist tatsächlich nützlich, wenn man sich irgendwie solche, ähm, solche Factories vorstellt. Also, Hunde-Factories sozusagen. Ähm, wenn wir hier, oder Hundemanager oder sowas. Da könnte man sich dann sowas vorstellen, wie wir managen alle Hunde und dürfen die dann natürlich auch umbenennen, während wir sie managen, denn wir sind ein riesengroßes Hundestudio, keine Ahnung was. Also egal, auf jeden Fall, wir dürfen auf alles zugreifen. Dann macht es Sinn, eine komplette Klasse als Befreundet zu definieren. Und das machen wir, indem wir ganz oben hingehen, also vor alles andere sozusagen. Und hier reinschreiben, Friend, Klaas, äh, Hund, äh, Manager oder sowas. Und dann müssen wir hier allerdings wieder Private hinschreiben, damit wir auch diese Private Member so definiert haben. Okay, also dann hat die Klasse Hundmanager kompletten Zugriff auf alle Private Attribute hier drin. So funktionieren Friendships und, ja, ist sozusagen der erste Schritt in Richtung Vererbung, den wir uns dann, oder die wir uns dann nächstes Mal genauer anschauen werden. Ich hoffe, es hat euch mal wieder gefallen und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao!